Mein Vater macht den Segelkurs und ist seitdem ein begeisterter Segler. Ich finde das Segeln in unserer Heimat richtig klasse. Segeln war nie wirklich mein Ding. Segeln ist Entspannung pur. Es kann aber auch richtig fordernd sein. Es macht zwar Spaß, aber auf Dauer ist es langweilig und eintönig. Beim Segeln fühlt man die Elemente. Den Wind im Haar, die Sonne auf der Haut und das Wasser unter dem Boot. Ich mag es, wenn mir der Wind um die Nase weht, die Sonne meine Haut wärmt und das Wasser am Boot entlang rauscht. Trotz unseren unterschiedlichen Meinungen ist das Legeln aus Friesland schön. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020